also hier müsste man praktisch queren darüber aber das ist mir jetzt zu gefährlich servus zusammen guten morgen bin heute bei der kolbenalm bahn beim parkplatz in oberammergau bin jetzt gerade eine viertelstunde bestimmt durch oberammergau gefahren bin ich überall gelandet bloß nicht auf einem parkplatz deswegen bin ich jetzt hier schon angeschrieben da kurve mit zweierviertel stunden ach ja da checkst du es auch mit dabei also vorbei hier an der bahn jetzt ist da hoch so 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 Also check die Zube, das sollt nix. So, nach 15 Minuten musste ich schon meine Jacke ausziehen und ich merke gerade Scheiße, ich wollte mich da noch einschmieren mit Sonnencreme, hab ich vergessen, ne? Nur so ein Gesicht habe ich es eingeschmiert. Ja genau, wir müssen zuerst nach unten gehen. Da kommen wir nämlich dann von oben runter, wenn wir fertig sind. Ich habe nämlich heute vor, da ist der Kofen und hier über den Sonnenberggrad zu gehen. Ich hoffe es wird nicht zu heiß. Ich wollte eigentlich schon früher los. Ich habe meinen Wecker gestellt, dachte ich mir, Scheiß drauf, ich stehe eine Stunde später auf. Ich war so müde. Und dann noch mit der, da war noch was gesperrt, habe ich mit dem Auto bestimmt noch eine Viertelstunde länger gebraucht. Und jetzt mit der Rumfahrerei hier, mit der Sinnlosen. Jetzt haben wir es 10 vor 8. Ich glaube ich habe den Parkplatz gefunden, da unten ist ein Parkplatz. Und unten an der Straße steht Anlieger frei. Muss man das jetzt verstehen? Aber nächstes Mal weiß ich, wo der Parkplatz ist. Weil der ist nämlich kostenlos. Und wir müssen uns da jetzt dann rechts halten, da geht es dann zum Kofelsteig. Das sieht man nochmal ganz schön, bevor wir jetzt in den Wald dann eintauchen. Ich habe gerade festgestellt, wir sind anscheinend an der Abzweigung vorbeigelaufen. Von drüben geht es zwar auch einen Weg hoch, aber ich wollte den einen Weg hoch gehen. Heute sind echt lauter seltsame Sachen. Also laut meiner Karte geht es hier hoch. Man kann schon ein bisschen den Weg erahnen. Manchmal liegen Steine herum, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo das dann lang gehen soll. Also bis da oben sehe ich es ungefähr. Das sind Steine. Aber da müsste ich ja dann den Felsen hochklettern. Ich habe keine Ahnung, ich gehe den anderen Weg. So, also da können Sie jetzt dann genauso gut unten am Friedhof parken. Der ist nämlich gleich da unten. Da zahlt es auch 5 Euro Parkgebühr. Naja, ich habe mich jetzt eine Dreiviertelstunde warm gelaufen. Andertviertelstunde. Da haben wir die Mariengrotte. Bis mal gehe ich da hoch. Da ist jetzt nicht angeschüttet, aber da sparen wir uns auf jeden Fall eine ganze Ecke. Jetzt müssen wir da ganz außen rum laufen, über eine Wiese. Und da sind wir gleich oben. Ich filme euch da jetzt nicht so arg so viel. Der Großteil ist jetzt erstmal durch den Wald. Erst am Gipfel wird es dann wieder interessant. Ein bisschen kraxeln. Das war's. 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 Mal ein bisschen Ruhe. Das war's. Gerade wenn es so heiß ist, habe ich nicht die Wuffis vergessen. Jacks hat jetzt schon zweimal Durst. Mit seinem Pelzmantel möchte ich jetzt nicht tauschen. Gell, mein Süßer? Wir werden heute ab und zu auch mal eine Pause einlegen, weil Jacks ist das auch nicht mehr gewohnt, dieses heiße Wetter. 15 Minuten Lutschild, dala. Musik Oh, hier kann ich lieber noch ein Schnell. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Da sind wir gerade an der Abzweigung vorbei. Jetzt zeigen wir uns Richtung Oberammergau. Bis zum nächsten Mal. Finde ich cool. Bis zum nächsten Mal. 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 drin um. Die sind vernünftig. Machen wir, wenn der Schnee weg ist. Dann kommen wir wieder. Jetzt kann man hier ganz gut erkennen, dass da unter dem Schnee Luft ist und dann, wenn man Pech hat und falsch hintritt, dann tritt man natürlich voll ins Loch. Man kann sich richtig wehtun. Oder man hat das Pech, dass dann der ganze Schnee einfach runterrutscht und dann landest du damit im Tal. Das ist auch nicht so geil. Deswegen ist Altschnee immer so eine Sache. Eigentlich ist es egal, ob wir da oder da lang gehen. Weil wir kommen bei beiden bei der Kolbensattelhütte raus. Also werden wir da lang gehen. Aber vorher, ich denke, wir werden uns bei dem Baumstamm hinsetzen und ein Päuschen machen. Ich habe Hunger. Daher, ich denke, wir können hierher nicht mal sehr gut. Aber ich kann nicht einfach sein. Ich glaube, wir können hierher nicht mehr, wenn wir uns der Schuss machen. Daher ist ein einfaches Armel. Daher ist nichts. Daher ist das Talb Inventskind. Daher ist uns die Vater, wo ich mit der Trinischen Liga bin. Also unten sieht man, es ist Halligalli und die Bahn fährt auch übrigens. Wir müssen jetzt nach links zur Kolbensattelbahn und da müssen wir dann rechts unter die Straße So müssen wir dann bald links abbiegen und dann sind wir gleich wieder am Parkplatz. So, dann beende ich jetzt noch das Video. Danke fürs Zuschauen. So ein Abo da und einen Daumen. Die Daten blende ich wie immer ein. Leider hat es nicht mit dem Sonnenberg gerade geklappt, aber der kommt noch. Wenn der Schnee weg ist, dann machen wir den. Aber trotzdem war es eine coole Runde. Ja dann, bis zum nächsten Mal wieder Pferdzeich. Da geht jetzt gut steil rauf. Also ich bin eine geografische Wildsau.